Digitalisierung, veränderte Kundenbedürfnisse, neue Konkurrenz. Die Finanzbranche ist im Wandel. Heute treffen sich im Financeforum Leuchterstein rund 600 Fachleute aus der ganzen Finanzbranche und diskutieren genau über diesen Wandel. Wie kommen wir uns darauf vorbereiten, was sind unsere Kunden in Zukunft und wie sicherstellen, dass unsere Geschäftsmodelle in Zukunft ohne funktionieren. Genau darum geht es heute. Die Finanzbranche im Wandel, Finanzplatz 2.0. Sie sind Chef einer der grössten Leuchtersteinischen Banken. Wie bereiten Sie sich auf diese dramatischen Veränderungen vor? Wir machen uns intensiv Gedanken, weil sich das Kundenverhalten total ändert. Nur als kleines Beispiel, unsere Transaktionen in den Geschäftsstellen gehen jährlich um über 10% zurück. Also es wird sehr viel digitalisiert. Und gerade darum beschäftigen wir uns mit den Trends, mit dem Trend der Digitalisierung, wo wir sehr stark investieren für die Zukunft. Aber wir sind überzeugt, dass der physische Kontakt mit dem Kunden weiterhin wichtig bleibt. Und darum investieren wir auch in eine andere Art von der Geschäftsstelle in der Zukunft. Was glauben Sie, was erwartet der Kunde in Zukunft? Der Kunde erwartet das, dass er Sachen, die er einfach selber machen kann, vollautomatisiert selber machen kann. Und dort, wo er wirklich eine Beratung braucht, wo er einen Mehrwert erwartet, dort muss genau die Bank den Mehrwert liefern. Wir haben über den EWR den Zugang zum EU-Binnenmarkt, zu über 500 Millionen Menschen. Der Marktzugang ist enorm wichtig. Und wir sind da sehr, sehr sicher aufgestellt. Also Stabilität, gerade in einem Umfeld, das sehr unsicher ist, hat einen enormen Wert. Darum bin ich insgesamt mit Sicherheit, mit Kompetenz und mit Innovation im Bereich der Digitalisierung. Mit diesen drei Kernwerten, denke ich, wir dürfen zuversichtlich sein. Sie haben heute überrascht, mich mit der Ankündigung zum Blockchain-Gesetz ins Leben zu rufen. Und was geht es da konkret? Wir haben uns schon längere Zeit mit dem Thema befasst und festgestellt, dass vom Marktteilnehmer her der Wunsch da ist, dass man gewisse Regulierung schafft. Und gerade die Blockchain-Technologie ist eigentlich eine Basis für zukünftige Geschäftsmodelle. Und da geht es darum, dass wir auf einen rechtlichen Rahmen schaffen und damit auch Rechtssicherheit bieten können. Leuchtenstein nimmt ja da eine Fahrräterolle ein, wenn wir so etwas Wirklichkeiten aufsetzen. Kann man sich denn da schon ein gewisses Gesetz oder eine gewisse Regulierung orientieren oder muss man das wirklich auf der grünen Wesen planen? Es wird eigentlich auf der grünen Wesen geplant und wir sind durch den intensiven Austausch mit gewissen Unternehmen aus der Fintech-Szene. Wissen Sie denn schon, bis wann, dass Sie allenfalls einen Vorschlag könnten, einem Parlament vorlegen, einen gewissen Zeitraum? Ja, also die Idee ist, dass man bis zum Sommer den Fremdlastungsbericht fertig hat, der nachher entsprechend auch ausschickend zur Stellungnahme und dass man nachher in der zweiten Jahreshälfte allenfalls die Erstklässigung im Parlament machen kann.